Nun kommen wir zum letzten Anwendungspunkt, die Messung halbfester Stoffe. Zum Prüfen einer Creme verwenden Sie auch hier die Keramikschale. Tragen Sie die Creme so auf, dass die Mulde komplett gefüllt und alles schön glatt gestrichen ist. Auch hier gilt, die Schale muss bei der Messung dicht und komplett an die Sonde gedrückt werden. Das Reinigen der Sonde ist das A und O und muss nach jeder Messung sorgfältig durchgeführt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017